Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lass auf das, guck der Funkdor Nein, tatsächlich, dann sind wir ja schon da Wirklich, der Funkdor? Berlin Oh, ei Ach, ist das schön Hey Die kommt hierher, die muss hier im Moment hier sein Hierher? Sind Sie wahnsinnig? Ich habe Ihnen noch gesagt, Sie sollen sie mir vom Halse halten Ja, sehr komisch Sind Sie eigentlich katholisch, Siegbert? Bitte? Sie müssen lauter sprechen Ich habe noch nie ein Mädchen so leise reden hören wie Sie Ich verliere immer meine Stimme, wenn ich anfange, mich zu verlieben Was haben Sie verlegt? Was ich verlegt habe Meine Gefühle Was wird hier eigentlich gespielt? Nichts schätzen Sie erzählt von Ihren Reisen, die Sie gemacht hat Und wer hat die bezahlt? Sie waren doch sicherlich eingeladen Ich habe gearbeitet, meine Dame, auch wenn Sie es nicht glauben können Eines der bestbezahlten Fotomodelle Die Kleider sind ja schließlich nicht für Sie gemacht worden, Frau Borowski Vergessen Sie das nicht Themawechsel Na wissen Sie, Hildchen Volker ist im Grunde genau die Frau, die ein Mann heiraten muss Vernünftig, praktisch, ohne Flausen im Kopf und treu wie Gold Nimm Sie die Hand aus der Tasche Kommen Sie Ist das Peter van Eyck? Wo nehmen Sie eigentlich so schnell all die Freunde her? Sie sind doch gerade jetzt in Berlin angekommen Freunde fliegen mit zu wie einem Straßenköter die Flöhe I'll see Trag mich, komm, trag mich doch Was denn sonst noch? Sie wollen mir den kleinen Gefallen nicht tun? Mann, ist die eine Klasse Aber tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie noch mal hin Das Mensch ist nämlich gemeingefährlich Ich liebe dich Ich liebe dich Vielleicht liebe ich dich auch nicht, ich weiß nicht Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr Willst du oder willst du nicht? Josi! Sieg der? Das ist ein Ding Das ist ein Ding Das ist ein Ding Das ist ein Ding Djetstunter Das ist ein Ding Das ist ein Ding Das ist ein Ding Kvertuğ hat